Hallo und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute präsentieren wir euch eine wunderschöne Eigentumswohnung in fantastischer Lage von Nordhorn. Wir sind jetzt schon durch die Hauseingangstür durchs Treppenhaus reingekommen und sind hier auf dem Flur. Wir starten unseren Rundgang einfach mal hier mit der Gästetoilette. Und gehen hier dann gleich die nächste Tür weiter. Hier haben wir die Küche mit separatem Essplatz. Und was sehr praktisch ist, direkt in der Küche angrenzend, ist der Hauswirtschaftsraum. Hier haben wir also wirklich noch Platz für Waschmaschine, Trockner, Vorratshaltung und auch ein kleiner Kühlschrank findet hier noch Platz. Gehen wir einmal zurück auf den Flur. Ganz links, separat, haben wir nochmal eine Garderobe eingebaut. Und dann haben wir hier den Wohn- und Essbereich. Vorne ein kleiner Balkon und hier eine sehr, sehr schöne überdachte Terrasse. Das schauen wir uns gleich noch in aller Ruhe an. Aber eine sehr, sehr schöne, helle Wohnung. Und als i-Tüpfelchen haben wir auch noch einen Kaminofen hier. Vom Wohnzimmer aus gehen wir dann in den privaten Bereich der Wohnung. Hier einmal auf der linken Seite mit dem großen Schlafzimmer. Direkt angrenzend haben wir dann das Badezimmer. Hier mit Waschbecken, WC, Urinal, Badewahne und Dusche. Tageslichtbad. Und zu guter Letzt haben wir in dieser Wohnung noch ein extra Zimmer. Was man als Schlafzimmer, Gästezimmer, Büro eigentlich für alles nutzen kann. Sehr, sehr schön helle Fensterflächen. Oder große Fensterflächen, die die Wohnung wirklich schön hell machen. Hier haben wir auch noch mal einen kleinen Balkon. Und schauen hier direkt aus Wasser. Wir gehen aber hier noch mal zurück. Einmal wieder durchs Wohnzimmer und gehen dann noch einmal nach draußen. Wie gesagt, die Wohnung von der Lage her wirklich einmalig schön. Hier haben wir dann einmal die überdachte Terrasse. Nach vorne raus geht es dann zum Carport. Hier noch ein kleiner Geräteraum. Und wir sind hier wirklich dann direkt in der Innenstadt von Nordhorn am Wasser gelegen. Einfach fantastisch. Hier noch mal ein Blick zur anderen Seite. Und mit diesem Blick verabschieden wir uns hier aus dieser Erdgeschosswohnung im Herzen von Nordhorn. Schönen Dank, dass ihr mit dabei wart. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Immobilienteam, der Grafschafter Volksbank.